Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Für die einen ist Mode Musik und für die anderen ist Musik immer Mode. Viele Gemeinsamkeiten leben also. Auf jeden Fall leben beide von den aktuellen Hits. Ja, und solche aktuelle Hits, Mode-Hits, finden Sie gerade jetzt wieder in Ihrem Coop-Warenhaus. Dort wartet die neue Herbst- und Winter-Kollektion auf Sie. Schauen wir doch ein bisschen rein. I wish I had a home. I wish I had a place to run to. I wish I knew a heart to put my loving in. I wish I had a home. Alle diesen Mode-Hits aus der neuen Herbst- und Winter-Kollektion werden Sie wieder begegnen in Ihrem Coop-Warenhaus. Wo Sie auch mitmachen können an einem spannenden Wettbewerb und einer grossen Verlosung. Es gibt tolle Preise zu gewinnen, wie zum Beispiel Schallplatten und Kassetten, Walkman und Radios, ein komplettes Anjorek, einen CD-Plattenspieler und so weiter. Gäunen können Sie aber auch eine der brandneuen Dynasties Weissquart zuhören. Es gibt sie in sechs Modefarben im unkonventionellen Design. Und wer kein Glück hat, bei Coop können Sie es jetzt übrigens auch kaufen. Jetzt wollen wir Ihnen aber noch zeigen, wo das alles stattfindet. Es ist der St. Annahof in Zürich, Burg Biel, Vauhe Basel, Kiburg Thun, Rifflihof Bern, Stabhof Liestl und in der City Warenhäuser von Friburg, Grenken, Olten, Schaffhausen, Winterthur. Und natürlich auch im City Aarau, wo nach dem kompletten Umbau morgen und morgen schöner und grösser eröffnet wird. Nach dem neuen Moden jetzt zum alten Brot. Sie wissen, auch aus Brotresten kann man feine Gerichte machen. Denken Sie an die Apfelrösti. Für vier Personen ein Kilo Apfel schellen, das Kernkuss ausstechen und feine Scheiben schneiden. Die Scheiben im Most mit ein bisschen Zimmet ein paar Minuten kochen lassen. Auch das Brot in feine Scheiben schneiden und im heissen Anken goldbraun rösten. Auf einer vorgewärmten Platte die Apfel und das Brot in Schichten anrichten. Am Schluss ein bisschen Zucker darüber streuen und dann sofort servieren. Das Rezept steht in der Koop-Zeitung dieser Woche und morgen der ganze Tag im Teletext Seite 270. Einen guten. So, das wäre es wieder gewesen. Wir danken fürs Zuschauen und wünschen noch einen schönen Abend. Achten Sie aber auf die Aktionen, die gerade kommen. Es lohnt sich. Zum Anfangen die aktuellen Preisschlager. In allen Koop-Center und Koop-Warenhäusern gibt es jetzt topmodische Pullover aus 100% Acryl für die ganze Familie für 15 bis 29 Franken. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Koop alle Gala-Frisch-Eier-Teigwaren im 500g-Büttel sind jetzt 40 Kappen günstiger. Zwei Tafeln Arnis-Schokolade, Olé, Giandino, Crémant Finor, Noisette oder Sport Mix Weiss statt 280 jetzt nur 2,10. Vier Goldstach-Esküchli statt 285 für nur 2,30. Alle Vollrahm und Halbrahm sind jetzt je Liter 1 Franken günstiger. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag ein Butterzopf an 400g statt 270 nur 2,20. Trauben UV-Italia per Kilo nur 1,70. Und vier Kilo nur 6,40. Auf Wiedersehen!